Fellowes präsentiert die neue Lotus Sitz-Stee Workstation. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Smooth-Lift-Technologie so einstellen, dass Sie Ihre Lotus Workstation mühelos nach oben und unten verstellen können. Bringen Sie zum Start Ihre Lotus in die höchste Position. Richten Sie Ihre Workstation mit Monitor und Accessoires ein. Bei Auslieferung befindet sich Lotus in der leichtesten Einstellung. Sie haben einen schweren Monitor, zwei Monitore oder einfach nur eine Menge Zubehör, kein Problem. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um das Gewicht auszugleichen. Nun fühlt sich die Höhenverstellung einfach und leichtgängig an. Wenn sich Ihre Ausstattung zukünftig ändert, können Sie das Gewicht einfach über den Knopf neu einstellen. Werden Sie aktiv und arbeiten Sie ab sofort gesünder mit den Fellows Lotus und Lotus DX Workstations.